Mein Name ist Dr. Michael Haag und von 1973 bis 2020 habe ich mein Leben mehr oder weniger der Medizin gewidmet. In den letzten 30 Jahren als niedergelassener Allgemeinmediziner und Internist. Und nun werde ich plötzlich in diesem Jahr 2022 unerwartet und plötzlich 70 Jahre. Und besonders mit den Menschen, die genau wie ich 70 und mehr Lebensjahre auf dem Buckel haben, möchte ich in losen Abständen bis zu meinem Lebensende in Kontakt stehen, Informationen und Aspekte und Perspektiven des Lebens diskutieren. Aber ehrlich gesagt, vieles, was in meinen Filmen eine Rolle spielt, ist interessant für Jung und Alt. Denn Alter ist keine Frage von Lebensjahren. Heute ist Neujahr und ich bin mutig und ich benutze das Du. Dieser Film wird wahrscheinlich doch 23 Minuten lang dauern. Also eine echte Herausforderung für Dich im neuen Jahr. Und es geht um Wünsche. Und wenn Du Dir was wünschst, hättest Du vielleicht dann doch einen Benefit, wenn Du Dir diesen Film bis zum Ende anhörst. Was immer Du tun kannst oder träumst, es zu können, fang damit an. Denn Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich. Und wenn Du träumst, etwas zu können, dann wünschst Du Dir ja schon was. Und heute Nacht haben Dir viele Menschen etwas gewünscht. Zum Beispiel, ich wünsche Dir einen guten Start in das neue Jahr oder komm gut rüber. Oder zum Beispiel, ich wünsche Dir ein gutes neues Jahr 2022. Und für ganz Eilige, Gutes Neues, ja. Okay. Aber wenn alles gut gelaufen ist, dann durftest Du Dir auch selber was wünschen. Und ich hoffe, Du warst klar im Kopf und konntest konkrete Gedanken formulieren und hast Dir dann etwas gewünscht. Du hast einen Vorsatz gefasst und der Anfang ist gemacht und es ist schon immer so, wer wünscht, war schon häufiger mal der Vater des Gedanken. Und was würdest Du sagen, welche Wünsche äußern denn die Deutschen am häufigsten? Wünschen sie sich ein neues Auto oder einen neuen Mann, ein neues Haus? Und wenn Du Dir ein neues Haus wünschst, dann wird der Aladin konkret fragen, wie viele Zimmer, wie viele Etagen, wie viele Fenster, wie viele Leute sollen da drin wohnen? Brauchst Du einen Garten, brauchst Du einen Park, brauchst Du Garage für die Autos? Also ein Wunsch sollte konkret sein. Aber der häufigste Wunsch der Deutschen ist Gesundheit. Gesundheit ist das größte Glück, das größte Geschenk. Aber ist Gesundheit wirklich immer das größte Geschenk? Die pure Statistik beweist eigentlich eher das Gegenteil. Denn würden wir weniger tauchen, würden wir uns mehr bewegen, würden wir weniger essen, weniger Alkohol trinken. Wobei weniger Alkohol, da gibt es kluge Leute, schlechte Nachricht, die sagen, auch eine geringe Menge Alkohol sei nicht gesund. Gut, also wenn wir uns gesünder ernähren würden, insgesamt alles besser machen würden, uns entspannen würden, hätten wir 80% weniger internistische Erkrankungen. Aber zu Neue haben ja nicht nur unsere Wünsche Hochkonjunktur, sondern auch die kleinen Schornsteinfeger aus Schokolade oder die Schweinle aus Marzipan, die vierblättrigen Kleeblätter oder der Maikäfer aus Schokolade oder Nougat. Ja, doch wenn du dir Gesundheit wünschst, dann sollte deine Motivation auf jeden Fall größer sein als deine Entschuldigung. Warum du dich jetzt vielleicht in diesem Moment nicht so sehr an gesunde Verhaltensweisen orientierst, weil das Marzipan-Schweinle war doch so lecker. Ja, ist aber nicht so 100% gesund. Also lass dich nicht von deinem inneren Schweinehund einlullen. Nach den ersten konsequent gesunden Tagen, frag dich mal nach 10 Tagen, bin ich jetzt wirklich fitter, gesünder und glücklicher als vor 10 Tagen? Es ist natürlich ein riesen Dilemma mit dem 3G. Aber keine Angst, ich spreche jetzt nicht über Corona. Das ist nicht mein Thema, sondern mit dem 3G. Das ist Genuss, Gier und Gesundheit. Weil Gesundheit hat oft mit weniger zu tun und das passt natürlich nicht so richtig in unsere Konsumgesellschaft. Und jählings neigt sich der Genuss zum Schmerz, wenn er nicht maßgehalten wird. Oder halte immer Maß und Ziel, iss und trinke nicht zu viel. Manchmal sollten wir unsere Gewohnheiten ändern, sonst kann uns vieles krank machen. Doch was sagt der Genussmensch? Die größte Behinderung im Leben liegt daran, dass man ständig auf seine Gesundheit achtet. Oder aber nach der Gesundheit zu leben, ist ein Elendleben. So was Blödes. Einschränkung von Genuss und Lebensfreude. Das kann ja nur ein Miesmacher, das kann ja nur ein Spielverderber sagen. Ja und was deine Disziplin und deine Konsequenz bei Essen, Trinken und Bewegung für die Gesundheit ausmacht, das siehst du ja im Moment der Askese, im Moment der Willenstärke nicht. Wenn du zum Beispiel eine Gewichtsoptimierung anstrebst mit Meier-Diät oder mit Intervall-Fasten oder mit Low-Carb, egal. Ja, du leistest also an Hunger und Verzicht und erhältst keine direkte Belohnung. Das sofortige Vergnügen fällt aus. Ja, Hunger und quälende Gelüste statt Lebensfreude, falls du überflüssigen Belast abwerfen möchtest. Vielleicht kommt dann die Freude später, wenn der Arzt sagt, Mensch, was hast du denn mit deinem Blutwerden gemacht, die sind ja wunderbar. Oder aber der neidische Nachbar kommt vorbei und sagt, Hm, hey, du siehst aber schlecht aus, hast du etwa abgenommen? Warum? Ja, wir dürfen uns um unser Glück und unsere Gesundheit bemühen. Glück und Gesundheit wird uns nicht geschenkt und ein Unglück kommt ja eh oft von alleine. So doof es nun ist, nur du selber hast die Verantwortung für dein Leben. Und noch doofer sind Worte wie Ausdauer, Entschlossenheit, Konsequenz, Selbstdisziplin, Ordnung und so weiter. Und ob du nun glaubst, dass es dir gelingt oder ob du glaubst, es gelingt dir nicht, du hast recht, sagt schon Henry Ford. Also bleib dabei, mir gelingt es, deinen Vorsatz 2022 in die Tat umzusetzen. Schon Aristoteles sagte, Glück ist die Folge einer Tätigkeit. Glück ist kein Schicksal, man darf sich um sein Glück bemühen. Und das schaffst du nur, wenn du deinem Vorsatz Taten folgen lässt. Dann kannst du deine Gesundheit in die gewünschten Bahnen lenken und dein Glück finden. Kennst du das Maß deines Unglücks? Es ist die Differenz zwischen dem, was ist und dem, was du dir wünschst. Das ist die Lücke. Ja, das gesunde, aktive Leben, ein Quell von Freude und Erfüllung. Und dieses Thema möchte ich jetzt zunächst mal mit einer positiven Affirmation von Luise H. L. Hay aus ihrem 2003 erschienenen Buch, Du kannst es beenden, du bist der einzige Mensch, der Kontrolle über deine Essgewohnheiten hat. Wenn du dich dafür entscheidest, kannst du jeder Versuchung widerstehen. Und wenn man krank ist, Klaus Lange sagt, das Leiden ist keine Strafe, sondern eine starke Ermutigung, in eine andere Lebenshaltung zu kommen. Was lehrt mich meine Krankheit? Was will sie mir sagen? Wie reagiere ich da drauf? Aber ich hoffe, meine Zuhörer sind alle gesund, voller Energie und freuen sich voller Neugierde auf das Jahr 2022. Aber das Erstaunliche ist, dass wir noch nichtmals wissen, genau wissen, was Gesundheit ist. Die WHO bietet bezüglich Definition der Gesundheit eine multidimensionale Luxusausgabe an. Nämlich völliges körperliches, geistiges und körperliches Wohlbefinden. Und das haben wir nur, wenn wir unsere Lebensaufgaben bewältigen. Wenn wir wenigstens zum Teil die Rolle, die uns die Gesellschaft zuschreibt, bewältigen können und erfüllen können. Das, was von uns erwartet wird. Und bei all diesen Aufgaben steht an erster Stelle Selbstverwirklichung und Selbstfindung. Und in diesem Zusammenhang werde ich euch in den nächsten Monaten oder vielleicht Jahren, denn meine Folgen werden in unregelmäßigen, losen Abständen erfolgen bis zu meinem Lebensende, werde ich euch immer wieder auf ein Schlüsselwort von Glück und Erfüllung hinweisen. Und das ist das magische Wort selber. Achtet einfach mal auf den Wortschatz. Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Selbstdisziplin, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstfindung, Selbsterfahrung, Selbstannahme. Also zurück zum Thema, hört sich alles toll an, völliges Wohlbefinden. Und das am Neujahrstag nach einer wundervollen Silvesterfeier. Oh, wenn ich bloß nicht so einen dicken Kopf hätte. Ach nein, war jetzt Unsinn, mir geht's blendend. Vielen Dank. Wenn du dir also Gesundheit gewünscht hast und an die Definition der WHO gedacht hast, dann hast du erstmal völliges körperliches Wohlbefinden. Das ist doch klasse. Kein Zwicken, kein Zwacken, kein Reißen, kein Ziehen. Auch der Geist sollte völlig wach sein und der Geist sollte achtsam sein, konzentriert sein. Und deine Seele sollte völlig im Einklang sein mit sich selber und der Welt. Oder ist es eher so, dass der, der mit 50 aufwacht, vielleicht tot ist, wie Herr Makel sagt? Ist Gesundheit Wohlbefinden? Ist es Kompetenz? Ist es Gleichgewicht? Ist es Homöostase? Ist es ein optimales Funktionieren der Organe? Ist Gesundheit vielleicht eine gesellschaftliche Rolle? Wird Leistungsfähigkeit von der Gesellschaft erwartet? Ist Gesundheit Askese oder Spaß? Welchen Wert hat denn Gesundheit für dich? Sind Gesundheit und Krankheit Pole eines Kontinuums? Gibt es fließende Übergänge und Gleichzeitigkeiten? Kannst du dich mit hohem Blutdruck vielleicht krank fühlen oder gesund fühlen? Gibt es beide Möglichkeiten? Ich kenne jemanden, der ist traurig. Ist das eine Krankheit? Melancholie? Ich kenne auch jemanden, der ist immer fröhlich. Ist er krank? Hat es denn nicht mehr alle im Schädel? Ja. Und falls du bei deinem Wunsch nach Gesundheit an Sigmund Freud denkst, der lebte 1859 bis 1939, der Psychoanalytiker, und der sagte, Gesundheit ist, arbeiten und lieben zu können. Und wenn du an ihn denkst, dann meinst du vielleicht, ja, die Fähigkeit zu lieben, die Fähigkeit zum Arbeiten, das ist Gesundheit. Und was meinst du, was ich gerade mache? Arbeite ich? Habe ich Freizeit? Oder liebe ich meine Mitmenschen? Dann wäre ich ja gesund. Gut. Ich befinde mich jetzt im 70. Lebensjahr und wollen wir mal schauen, was daraus wird. Badura, ein bekannter Professor der Soziologie aus Bielefeld, meinte 1930, Gesundheit ist eine Fähigkeit zur Problemlösung und zur Gefühlsregulierung, durch die ein positives Selbstbild, Selbstbild, da sind wir wieder beim Selbst, und ein positives seelisches und körperliches Befinden erhalten und wiederhergestellt wird. Auch dies wäre natürlich ein guter Wünsch, deine Probleme lösen, deine Gefühle regulieren, positiv an dich selber zu denken und dich selber respektvoll, freundlich und voller Güte zu behandeln. Paracelsus, ein Schweizer Arzt, der von 1494 bis 1541 lebte, glaubte, dass die beste Arznei für den Mensch, der Mensch sei. Der höchste Grad von Arznei sei die Liebe. Im Paracelsus-Sinne wäre dein Wunsch nach Gesundheit, also die Bitte nach mehr ehrlichen, freundschaftlichen Kontakten mit herzlichen Menschen, mit Menschen, die dich verstehen, die Zeit für dich haben und liebevoll mit dir umgehen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe noch zwölf unterschiedliche Definitionen vorliegen über die Gesundheit und wen es interessiert, der schreibt mir bitte ein Mail 7070 und mehr ohne Punkt, ohne Komma, ohne Leerzeichen, at gmail.com und der erhält von mir schriftlich die Zwölfdefinitionen. Ja, kein Thema ist abgedroschener als die Gesundheit. Hippokrates, der 400 vor Christus lebte, sagte, wer stark, gesund und jung bleiben, jung bleiben, seine Lebenszeit verlängern will, der sei mäßig in allem, atme reine Luft in der Natur, treibe täglich Hauptpflege und Körperübung, halte den Kopf kalt, die Füße warm und heile ein kleines Weh, eher durch Fasten als durch Arznei. Und Pfarrer Sebastian Kneipp, der ja in Oberschwaben 1821 geboren wurde und 1897 in Bad Oerishofen verstarb, hat sich Gedanken gemacht und seinen Zeitgenossen vor 150 Jahren schon fünf Tipps, Ratschläge oder Regeln gegeben. Erstens die Wassertherapie. Wäre auch mein erster Tipp. Abhärtung durch kalte Behandlungen und der zweite Tipp nach den Morgenübungen. Ja, jetzt will ich mal dein Gesicht sehen. Da denkst du, ja, was will denn der Doktor Hagen? Was, ich soll nach dem Aufstehen, nachdem ich das warme Bett der Bequemlichkeit verlassen habe, Morgenübungen machen und dann auch noch kalt abtuschen? Ha, da stehe ich ja dann schon dann morgens in der Mitte des Lebens. Also, morgen Übungen und jeden Morgen kalt abtuschen. Erstmals rechte Bein, linke Bein, rechter Arm, linker Arm, dann vielleicht den Rücken, die Brust, den Kopf. Und schon hast du einen Kältereiz gesetzt. Und der beeinflusst positiv das Immunsystem. Wichtig ist der Kältereiz, egal ob 30 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten und du wirst dich wohler fühlen. Und außerdem wird deine Schwimmsaison verlängert am Bodensee, am Nordsee, in der Ostsee. Denn du kannst schon bei 16 Grad Wassertemperatur ins Wasser gehen und Freude am Schwimmen haben. Ja, das Wichtigste ist also der Kältereiz. Und das Zweite, was Papa Sebastian Kneipp geraten hat, waren hilfreiche Heilpflanzen. Da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Da werden wir vielleicht später noch eine Homeopathin befragen. Als dritten Punkt empfahl Sebastian Kneipp die Aktivität im Freien, in der Natur. Aber, ihr wisst es, zunächst einmal Morgenübungen kalt abduschen und dann geht's ab in die Natur. Als Punkt 4 empfahl auch der Pfarrer das richtige Maß bei der Ernährung. Und das entsprach schon damals unseren heutigen modernen Ernährungsgrundsätzen. Und fünftens war das die Ordnungstherapie. Und das war bei Kneipp die Anleitung zum Glücklichsein. Was wollen wir mehr? Wir wollen alle glücklich werden. Und dann ausreichend Schlaf, ein Akt der Selbstliebe, Aktivität im Freien, klare Ziele im Leben, das heißt eine klare Wertvorstellung. Klare Ziele und Visionen. Und falls euch der Markt der modernen Unternehmens- und Lebensberater, Psychologen, Coaches für Erfolg, Erfüllung und Emotionen bekannt ist, dann wisst ihr, dass sich vieles um die Ziele und die Visionen dreht, wenn nicht alles. Aber es geht auch um das Verlassen der Komfortzone. Und das ist für jeden sehr aufregend und schwierig, auch für mich. Gut. Und die Komfortzone, ich sag's zum dritten Mal, verlasst ihr ja dann gleich morgens mit der Morgengymnastik und dem kalten Abtuschen. Klare Ziele und Visionen im Leben. Und das ist absolut nichts Neues und auch schon seit Jahrtausenden bekannt. Also, fragt euch ihr Lieben, was sind deine Ziele und Visionen? Was genau möchtest du wie und wann im Jahre 2020 für deine Gesundheit und für dein Gewicht tun? Was verstehst du unter Gesundheit? Welches Gewicht möchtest du eventuell haben und warum? Was wirst du tun, um deine Ziele zu erreichen? Und wie wird es dir gehen, wenn du dein Ziel erreicht hast und dein Wunsch Wirklichkeit geworden ist? Sind deine Ziele der Realität angepasst? Es wäre vielleicht nicht sinnvoll, mit 80 mit dem Joggen anzufangen und das Ziel zu haben, bald Marathon zu laufen. Okay. Du kannst aber trotzdem dein Schicksal aktiv gestalten. Das ist absolut sicher. Aber wenn du ein Ziel hast, deine Visionen, deine Gefühle, deine Emotionen, deine Authentizität, Bauchgefühl, Herzgefühl, Gedanken, alles sollte passen. Gut, kurz gesagt, um das eigene Schicksal zu gestalten, gibt es Voraussetzungen. Mach dir Gedanken, erkenne dich. Wie lautet das magische Wort? Selbst, selber. Und wer analytisch hinhört, der merkt ja schon, da spielen ja drei Leute eine Rolle. Da ist ja erstmal das Ich oder das Du. Ich erkenne oder du erkennst. Und wen oder was? Ich erkenne mich und du erkennst dich. Ja, jetzt kommt aber noch der Selber. Ich erkenne mich selber und du erkennst dich selber. Ja, wer ist denn der Selber? Und du kennst ja schon die Schlüsselwörter. Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Selbstdisziplin, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe, Selbstfindung, Selbsterfahrung, Selbstannahme und so weiter. Und schon Marc Orell hat vor 2000 Jahren als römischer Kaiser und Stoiker eine Antwort auf die Frage gesucht, wie soll man leben, um Glück, Heil und Gesundheit zu erfahren. Er lebte von 120 bis 180 nach Christus und schon Marc Orell, der römische Philosophen Kaiser, riet seinen Zeitgenossen, erkenne dich selbst. Gnosis, Erlösung durch innere Erkenntnis. Und dazu wirst du im nächsten Film ein steinaltes Gedicht hören. Mein Plan wäre, das im Freien in der Natur zu rezitieren und zu interpretieren. Frei auch nach den Ratschlägen von Hippokrates und Pfarrer Sebastian Kneipp. Du interessierst dich dafür, wie du unabhängig von deinem Alter Leichtigkeit, Glück und Gesundheit in dein Leben vertrauen, integrieren kannst. Ich lade dich ein in meinen Kanal 70 und mehr. Hast du Anregungen oder ein Feedback? Hast du sonst Kommentare? Über alles werde ich mich freuen. Und nun wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute für das Jahr 2022. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. 2022, das Jahr, in dem ich 70 werde. In diesem Sinne, Guts Neues. Ach ja, aber wenn du so bleiben willst, wie du bist, noch besser. Vergiss alles, was dich nicht froh und glücklich macht. Und vergiss auch nicht, den neuen Kalender aufzuhängen. Ende Mindest Andrew Topasil ghast und merkwekter und vergiss alles. phen